Hallo Leute und jetzt kommt zurück zu einer weiteren Runde Let's Play Bus Travel Meine FPS sind wieder im Keller, ich hab vergessen um zu defragmentieren, das stört aber nicht Wir zocken gleich los Schulbuss, yeah Ja Obwohl wir es schon hören können, ich hab schon Musik gehört von da an Ups Upsala 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 Nöhm, nöhm. Oh, jetzt läuft's eigentlich. So, keine Bonuspunkte, jetzt abgesagt für die Ampen, aber egal. So, jetzt will er noch gerne raussteigen. So, jetzt geht's. 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 und der Webseite ich weiß nicht mehr deswegen wollte ich das Thema auch mal ansprechen Ach Halsmaul dahin Oh Scheiße Das nächste Mal den Tag sehe ich gerade So Wollen wir doch mal gucken Um gehts Ich muss dir immer richtig Gas geben wenn ich an der nächsten Hals stelle Wollen wir mal Durchdrücken Ich hab so ne Leute eine umgefahren aber Kommt die Leute öfters vor Ich fühle mich richtig auf die Schmuck und Straben Ahhhh Lalalalalala Lalalala Nicht auf Aber ich muss sagen Okay Ich hab einmal Media Player jetzt eine Zeit lang genutzt Also wie da vorher Ich hab's einfach reingeschrieben Aber jetzt mittlerweile hab ich Spotify oder Media Player genutzt Ich weiß jetzt nicht ob das da mittendrin irgendwann vielleicht mal aufwärmen könnte Sollte das natürlich nicht passieren Ich hab's schonmal auf die Schmuck Komm ich geh schonmal auf die Schmuck komm Ach Ich hab's schon mal auf die Schmuck Ich hab's schon mal auf die Schmuck Wusstest ich's nicht? So So wird grün So Wollen wir doch gleich mal wieder einen rüber setzen Ich weiß, es trifft Oh Oh Oh, das ist Baustelle Wow Soll es nicht mal gleich übertreiben, fällt mir grad so auf mit Gas Gehen Jo Hä Ich komme jetzt zweimal Pfeil ich jetzt nicht Alter, ich bin bestimmt zweimal eingekommen Ich bin voll nicht so Hier meine Pünktlichkeit ist Pünktlichkeit Die Fallen sicher Hat man am Anfang gesehen Den haben wir auch so lange gerne rüttelt Gleich in die nächste Tour rein Wir wollen ja endlich mal was schaffen Ah, noch wegen Das macht der Klerform jetzt ja gar keine Abbrüche Ich bin einfach Ich bin einfach Ich bin einfach 51 Punkte sehe ich nicht ein. Und rüber geht's. Ich muss sagen, das ist stabiler gerade, obwohl es ist. Ja, was soll man denn machen? Ja, auch. Jetzt kommt ein bisschen mehr Weg als alle anderen. Das können wir nochmal rüber. Das ist ein wenig spiellos. Das ist ein wenig spürger. Die Strecke heiße ich hier, das ist richtig gehofft. Die Strecke heiße ich hier, das ist richtig gehofft, das ist richtig gehofft. Das ist richtig gehofft, das ist richtig gehofft, das ist richtig gehofft. Das ist richtig gehofft, das ist richtig gehofft. Das ist jetzt mal, glaube ich, so um die 50 Minuten. Das ist richtig gehofft, das ist richtig gehofft. Das ist richtig gehofft, das ist richtig gehofft. Das ist richtig gehofft, das ist richtig gehofft, das ist richtig gehofft. 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 Das ist richtig gehofft. Das ist richtig gehofft, das ist richtig gehofft. Das ist richtig gehofft! Das war's für heute. Ah, ich fang schon wieder an zu rasen, fällt mir so auf. Aber an dem Bus kommen wir noch vorbei. Dann bist du langsam. Oh, keine Musik. So, ich fang schon wieder an. 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 Oh, ich fahre schon 43. Ruckel, Ruckel, Ruckelparty. Guck mal, das ist ja nicht alles. Ich kommt langsam so vor, als wenn das ganz schön ärgerlich ist. Na, zum Ende nochmal 60 Punkte. Ja. Ich muss dir zugeben, ich hab klangheimlich immer an jeder Bushalle-Stelle ein bisschen getrunken. Gehör dazu. So. So, was geht da ab? Ein Fehler. Boah. Gesamtbuch ist alles gut. Mit dem Bus fahren wir auch noch. Oder sind wir, glaube ich, schon? Oder? Nee. Doch. Hier erwartet es uns in Stufe-Tor. Aber das... Dazu kommen wir später. So, jetzt sind wir da. Wo wir angefangen haben. Das heißt, viel Spaß und wir sehen uns beim nächsten Part wieder.